nintendo und holten und das dürfen wir auf keinen fall vergessen dass das wichtigste brutale ingame sounds wartet jetzt sage ich ja ich habe vielleicht etwas zu darunter gedreht ich werde zwischen folgen noch mal hier gerade gucken weil ich habe jetzt hier schon zu viele folgen ja schon damit verschwinden dass ich einfach die sound zu laut hatte deshalb interessiert sich jetzt nicht wenn die mal zu leise sind angehme abwechslung sieht ihn auch ziemlich dumm aus also jetzt das hintergrundbild sieht noch etwas ja keine ahnung faltet aus ist das spiel auch wir haben ja letztens an der tell durch gespielt und ich würde mal sagen wir spielen jetzt mal auch die reihe durch welcher wir an der tell eigentlich zu verdanken haben weil der tobi schon sehr von inspiriert wurde haben wir an der tell let's play auch gesehen und deshalb nehmen wir mal mal sagen eine gute runde an wer ist es noch mal auf und mal drei und mal eins und das haben wir so lange bis wir entweder mit ihm mit den drei spielen durch sind oder bis man voraus kommt man davor werden wir dann kurz pausieren mal davor spielen hat die höchste priorität und ich würde mal sagen schützen wir uns abenteuer das spiel passt auch eigentlich perfekt zu mir also zu dem kanal hier halt weil es total verhaltet ist und sich das keine sagen guckt ist nicht mehr mainstream ist genau das richtige starten wir das spiel starten auch ich sollte vielleicht mal so drücken so dann textgeschwindigkeit ich würde sagen schnell die textgeschwindigkeit beim vorlesen die bestehe immer noch ich so die sound settings stereo natürlich was für den geschmack sollen die fenster hier haben ich habe bis jetzt immer so den bananen sie gut gefunden ja komm das ist so blau grün oder ich bin blind warte plane hier und immer wenn die banane so der hat schon einen namen auch ohne uns wir könnten die mehr zeit an anderen geben aber ach wartet wir können ja auch genauso sehr ihr don't care so dann heißt er automatisch so wie er heißen sollte das ist denn er ist die hier lernen wir später kennen das ist die gute paula oh ja hier na wer kennt die werbung noch das ist der chef der gute killer und das ziel ist wortwörtlich ein haufen scheiße so na gut ist aber etwas stärker als das und das hier ist eines der wohl relevantesten personen des gesamten spiels wir kennen die er werden die einmal kennen und dafür ist eigentlich komplett verschwendet dass diese dass dieses ihren eigenen namen hat aber schicke sektor hat es natürlich genauso gemacht wie der toby fox da heute nämlich dass wir uns bestmöglich mit ihm identifizieren können könnten und deshalb hat er uns die möglichkeit gegeben unseren eigenen für unseren eigenen haustieren hier dem namen des haustiers im spiel zu geben auch wenn es relevant ist das aus der welt ist im dritten teil relevant und ja dass wir heißt im originalen king dann jetzt hier unser lieblings essen wäre in meinem fall was war das in meinem fall noch mal ist eigentlich egal weil ich das sowieso nicht angebe so steak wer ist in dem fall von guten erst hier und was ist deine lieblingssache habe ich auch keine ahnung was mein lieblingssache wäre aber hier ist auf jeden fall rocking kommt von rocken und beim rocken also ich habe da extra noch die bedeutung nachgeguckt im wiki habe ich damals vor drei jahren mal nach rocken kommt halt von rocken und weil die rock stars damals herum geschrien haben wo das genommen denn in dem in der original japanischen version davon hieß es kiai und ja hier ist ist es japanisch oder chinesisch das japanisch das kommt aus dem karate die bedeutung so viel wie kampfschrei und ja ist klar so dann ja ich bin mir sicher my body ist ja wir sehen schon der overworld map das jahr ist in 1990 99 x können wir schon aus einer zähl mit 2000 x 10 ohne eine kleine stadt in igeland ja ich übersetze es die gelernt nicht als adlerland das würde überhaupt keinen sinn machen die glänz ist übrigens angelehnt an england vom namen her also so habe ich das gelesen ich weiß nicht ob das wirklich so zustimmt na gut aber das sollte ja eigentlich den durchschnittlichen amerikaner darstellen damit sich der spieler gut mit ihm identifizieren kann übrigens ich werde jetzt hier vorerst nur zehn minuten lange folgen machen nee nicht zehn minuten 15 minuten weil ich in der zeitdruck stehe und ich möchte folgen schon mal voraus produzieren für die nächsten fünf tage da bin ich in so einer art zeltlager von meinem kung fu verein und das wärs schon ja werde ich dann noch heute rendern und hochladen also ich werde versuchen und dann kann ich das ja da der zeit freischalten lassen von youtube na gut hier sehen wir auch schon hoch da diese tasten nicht gefallen tassen so da sehen wir auch schon hier vorher spiel das übrigens auf einem emulator vom sns also vom sns weiß ich gar nicht ob ich von dem aufnehmen könnte ich habe noch nicht ausprobiert ob die aber media von mir mit der kompatibel ist also habe ich mir gerade darum gezogen ist ja in dem fall dann auch legal so das ist der gute nest wir sehen hier auch schon charakteristiken die die chara von ihm übernommen hat oder der chara ist nicht bekannt für mich ist chara meine die chara oder herr kein angebnis ausspricht je nachdem von wo man den namen ableitet anders so der hat hier nämlich schon diese rosigen pädchen so können wir irgendwas ansprechen was ich kann nicht mit meinem bett reden was ist das bitte für eine logik in einer teil ging das das bett dann wahrscheinlich irgendwas das gesagt von wegen ich bin ein bett und ich sollte eigentlich gar nicht reden können dass ich dich angegangen so dann gehen wir hier rein und die ist wach ging das noch mal genau mit a hier dann können wir es ausstecken denn wenn wir es mitreden mit wem redest du für diesen geschenk hier mit wem sonst aber wir checken das mal aus das geschenk geöffnet da ist ein kaputter baseball schläger drin es hat ihn genommen jeder sprecher erstmal wieder leicht aggressiv so ich weiß ich hatte ich das schon in dem let's play von mother 1 dass ich irgendwann begonnen habe im alten kanal und die bänden sind na gut kippen wir mal hier weep nothing ersetzt weil ich track bett dann haben wir jetzt hier offen 6 und der fans zu jeder pokémon spieler weiß genau was das ist so können wir mitreden okay geht nicht ach klar ich habe vor noch naja jetzt sage ich auch warum ich davor nichts anreden konnte ich habe da aus reiner gewohnheit von undertale habe ich einfach die falschen tasten gedrückt na gut hier mit reden hatte ich das geräusch aufgeweckt hast du angst denkst du mama wird mich heute länger auf bleiben lassen es sieht so aus als könnte ich wieder einschlafen okay hier haben die also auch wieder mehrere dialoge okay wer kommt aber nicht mehr ist schon eine weile her seitdem ich das letzte mal durchgespielt habe wird schwer leute wird schwer erweitert können wir es ja auch hier gibt es keine probleme auch hier gibt es keine probleme und hier gibt es erst recht keine probleme warte die hat jetzt eine ältere stimme was war dieses geräusch das ist gar nicht so ausgegruselt aus bist du verrückt nun willst du es ausschnecken gehen okay wenn ich nein sagen würde würdest du so viel ausschleichen aber bitte zieh deinen schlafanzug aus bevor du gehst oh yeah ich gehe nach zur stelle ich ziemlich einfach an das geht natürlich auch irgendwelchen ja okay ich glaube das tuch ich muss kurz einen schluck wasser trinken sie erst erklärt dann sehr vorsichtig komm nach hause so früh du kannst okay dann hier ist ein telefon okay dann wollte niemand ja gut wir haben ja mitten der nacht dann reden wir mit dem hund neben menschen schlafen hunde auch während der nacht warum bist du nicht am schlafen jetzt fühle ich mich irgendwer ein bisschen schuldig so jahre zeit jahre zeit sagst du mir ich möchte nach hause gehen aber die straße ist geschlossen die leute nehmen diese metroiden situation extremst ernst würde ich auch ja ohne polizei ist berühmt für geschlossene für seine geschlossenen straßen wenn irgendetwas los ist wir werden den welt rekord knacken und da sieht man auch wieder wo der toby fox da sein andertale humor her hat ursprünglich was nämlich der aufbau und humor keine sorge es ist nur ein was ein meteorit das wo nämlich wo sein wer viel ich will einfach nur was nach hause gehen das ist ein vorbildlicher polizist ja so findet man sie vorzugsweise in den größeren metropolen der ist sehr talentiert darin auf der stelle zu gehen sehe ich gerade hast du diesen urknall gehört ich denke ein meteorit ist hier in der nähe gelandet ich möchte ihn zuerst sehen ok ach so das ist ja ihr wisst ja noch gar nicht wer das ist ich werde ich werde mal versuchen dorthin zu gehen dann versuchst du mal schon weiter so erreicht nämlich nichts problem hier was gibt es hier können wir reingehen ja jetzt kommt ja schon die ganze zelda action wir können jetzt bei den leuten einbrechen okay mein bruder ist raus gegangen um das polizeiauto zu jagen er sagte du solltest zu hause bleiben und das ist warum ich zu hause bleibt um auf unser haus aufzupassen man und der jetzt noch nicht zu hause sind ein elegantes restaurant gegangen ohne kinder das ist fies stänger wir müssen dafür die lampe kaputt machen no problem hier hat doch nicht irgendwie hat es nicht funktioniert mit wir sind die falsche richtung gegangen hier ok die schränke können wir auch nicht ausrauben über eine musik oder ist sie zu leise um sie zu haben muss man hier gerade gucken weil je nachdem ob ich den sound jetzt wirklich ja gab es ich habe den sound wirklich leise gestellt ja jetzt könnt ihr noch hören aber das ist jetzt nervig wenn ich jetzt jedes mal den sound anpassen muss ja da wären wir schon da sieht man auch in welche richtung jeder sound so also hier die musik und alles gemacht ist nämlich so in die richtung würde ich das nennen dann wäre es einfach mal die aufgrund richtung man sieht also schon mal wo der toby fox seinen musikgeschmack nicht her hat er hat aber schon recht gute musik in diese richtung gemacht wie zum beispiel mich los strikes back sehr gut so da hinten der trend immer noch auf der stelle weißt du nicht was für eine uhrzeit es ist jetzt bekommen ein arsch nach ausaponto kein problem hier ein metroid ist hier gelandet und die haie nee die charts ist in dem fall eine gang und die charts rennen wild in der stadt herum und kinder gehen herum und ich bin hungrig ich hasse meinen job es ist gefährlich zu der hügelspitze zu gehen aber selbst wenn ich das sagen würde ich das zu gehen wird sich stoppen oder ja und in dem typen hat sich perfekt der sense gezeigt auch wenn ich die stimme vom sense komplett verkackt habe könnte ich nicht mal mit audacity mehr retten wie ich das schon gemacht habe bei den letzten animationen von mir da how to easy beat sense ja gut dann hey du weißt du nicht was eine uhrzeit es ist das fragt uns jeder polizist könnte sein ja gut ich würde es dir wahrscheinlich auch fragen dass das geschenk dass hier ganz unoffensichtlich mitten irgendwo landschaft liegt ich glaube es muss unbedingt öffnen da ist eine brutte rolle drin es hat sie genommen ein richtiger dieb hat glaubt man wieder nur von der natur krasser typ krasser krasser typ so rotrolle hier hilfe rotrolle wenn es ist ja was du um die 30 hp in dem fall werden es noch alle hp hier crack bad nehmen wir noch die hilfe kaputter baseball schläger es kann diese waffe krippen hat die mk das haben wir noch gar nicht gesehen hat die mkarte weißt du solltest dann also nichts verlassen oder es ist jetzt sogar übersee so und an der stelle ist die folge beendet wir sehen uns nach einem kurzen cut wieder ihr am nächsten tag